In der sozialen Marktwirtschaft appellieren wir immer nur in Richtung Nächstenliebe oder wir manipulieren gar Menschen in Richtung Nächstenliebe, um dann vielleicht von ihren Selbstlosigkeitshandeln schmarotzen zu können, sie ausnutzen zu können, als Parasit leben zu können, sozusagen, statt sie finanziell zu belohnen, die Menschen für Akte der Nächstenliebe und zwar besonders im wirtschaftlichen Kontext, aber auch bei allen Behörden. Also Gemeinwohlökonomie, GWÖ-GWO-Kombi, bedeutet letztendlich, dass mein Leben tausendmal besser wird, ihr Leben tausendmal besser wird, durch die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, das ist unsere einzige Chance. Unten finden Sie den Link zu uns. Tun Sie was für Ihr eigenes Lebensglück. Das Erschreckende ist, dass die Menschen nichts für ihr eigenes Lebensglück tun und dann passiert einfach das, was im Moment geschieht. Und ein völlig unbrauchbares System, das gerade immer mehr Krankheit und immer mehr Krieg produziert wieder und so weiter, das lässt man einfach weiterlaufen, weil man nichts tut, gar nichts tut für sein eigenes Lebensglück. Man tut Dinge, die scheinbar das Lebensglück verbessern, in Wirklichkeit überhaupt nichts verbessern. Wenn Sie ein paar Euro mehr verdienen, Sie werden dadurch kaum noch glücklicher und so weiter. Und über all dieses Leben in der sozialen Marktwirtschaft gibt es kein Glück. Tschüssi.